Herzlich Willkommen, ich bin der Stevie von MetalFranconia.com und exklusiv heute am Sonntagabend habe ich einen kleines Schmankerl für euch und zwar verlosen wir von Metal Franconia in Zusammenarbeit mit dem Metal Franconia Festival 2 Freikarten. Und zwar die ganze Aktion läuft bis zum 28.03., also quasi zwei Tage vor dem Festivalbeginn, das am 30. und 31. in der Scheide in der Jahnhalle stattfinden wird, verlosen wir zwei Freikarten. Das Festival dauert zwei Tage, Headliner wäre Hail of Bullets und Ectomorph, wie ihr vielleicht schon hier auf der Seite sehen könnt, ansonsten wären hier unter, wenn ihr das auf YouTube seht, hier unten sind dann alle Links, sind dann da vorhanden. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, um an die zwei Freikarten zu kommen, ist, schickt ein Bild ein, stellt es auf YouTube oder stellt es auf Facebook, so sind wir, stellt es auf Facebook oder macht einen Link ins Gästebuch vom Metal Franconia Festival. Und macht es so, wie hier die Kumpels hier, wie hier der, wie ihr sehen könnt, der Araber Kumpel hier oder hier der andere mit seinem dicken, ihr wisst schon. Ja, macht ein Bild, wie verbunden ihr mit dem Metal in Franken seid. Zeigt, seid ein bisschen kreativ, macht Bilder mit der Metal Franken, Flagge, was weiß ich. Lasst euch irgendwas einfallen, ihr könnt Videos oder Bilder einschicken. Und hier unten habe ich auch noch eine E-Mail-Adresse, wo ihr das dann auch alternativ hinschicken könnt. Und ihr kommt dann alle in den Lostopf. Das wird dann am 29. dann Vormittag ausgelost und ihr werdet dann auch benachrichtigt. Ich schreibe euch dann auch an und wir machen dann eine Verlosung zusammen mit dem Veranstalter, der wird dann aus dem Lostopf ziehen, wer dann die zwei Freikarten bekommt. Ja, das Festival kostet normalerweise 27 Euro im Vorverkauf an der Abendkasse, falls ihr euch für die Abendkasse entscheiden solltet, 34 Euro. Das heißt, es lohnt sich dann, die zwei Freikarten zu gewinnen. Seid ein bisschen kreativ, wenn ihr sowieso vorbeikommen wollt, kommt vorbei und macht ein bisschen mit. Und wir wünschen euch viel Glück.